so moin moin liebe leute hier ist Dietmar von tariftipp.de und ich habe ein neues sony smartphone zum testen zur verfügung gestellt bekommen allerdings ist gar nicht so neu das ist der sony xperia pro i steht für imaging das heißt also nicht pro 1 wie einige ursprünglich dachten sondern pro i und ja es ist ein irres smartphone mit einer wahnsinnig ausgestellten size kamera ganz viele möglichkeiten hier sony hat sich auf die fahnen geschrieben eigentlich die technologie und die möglichkeiten von den dslms von der alpha serie hier in die smartphones zu bringen und es ist ihnen auch gelungen das kann ich jetzt schon mal vorweg nehmen man fragt sich hier manchmal unweigerlich ist das jetzt eigentlich eine kamera oder ein smartphone ja es ist wirklich so ein hybrid ist eigentlich auch nicht ganz billig dieses gerät und ja ich teste das sony xperia pro i auch gerade auf herz und nieren und wenn ihr interesse habt an den kompletten testbericht dann schaut mal auf meinem kanal dieses video hier habe ich in der maximalen auflösung gedreht und sie beträgt hier beim 4k mit nicht 30 nicht 60 sondern 4k mit 120 bildern pro sekunde also das ganze sollte dann doch hier sehr smooth sein sehr ruhig sein und ja ich hoffe mal dass die intermikros die ich hier genutzt habe auch das schöne vogelgezwitscher eingefangen haben und ja das war es mit diesem kurzen videoeindruck von sony xperia pro i vielleicht sehen wir uns ja beim test wieder bis dann tschüss so so